Ich liebe einfach Kunstvideos, deswegen werden wir uns das jetzt auch gemeinsam anschauen. Drache, cool. Oh mein Gott, das ist dieses Spray-Painting. Ich finde, das sieht immer so cool aus. Die sieht immer richtig scheiße aus und dann machen die immer so... Guckt immer, macht einfach so ein Blatt drauf und dann sieht es richtig cool aus. Ich verstehe das um ehrlich zu sein nicht. Machen die jetzt da Sonne oder Mond hin? Guck, ich finde es so lustig. Die machen einfach irgendein Blatt Papier-Batschen drauf und es sieht richtig cool aus. Warum machen die da Feuer drauf? Ich finde es auch cool, dass dieses Video nicht gesperrt wurde, ne? Weil Feuer ist eigentlich auf TikTok nicht erlaubt. Oh, ich habe Angst, dass dieses Video gesperrt wird, deswegen. Aber ich verstehe dieses Feuermeister nicht. Oh, das sieht so cool aus. Ich kann jetzt schon sagen, dass es richtig cool aussehen wird. Generell, diese ganzen Spray-Paintings sind so geil. Schaut, ich verstehe nur nicht, warum das Ganze in Grün gemacht hat. Ich dachte, das soll der Himmel sein. Sobald ich weiß, ist Himmel nicht grün. Vielleicht ist das die Galaxie oder so. Wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott, schaut mal, wie geil das ist. Okay, da verstehe ich, was er da macht. Was kommt jetzt? Ich bin damit.